Wow, wow, wow! Hier, äh, ich mach jetzt den Fokus. Das ist so bescheid, da soll ich das ausgrenzen, dass man nicht versucht, den Charakter zu nehmen. Dann nehm ich den Arm. Geh halt erstmal einen Nick. Den braucht man im Zweifelsfall öfter. Aha, aha, aha! Was ist hier los? Ah! Ach, das ist auch wieder ein Autoding. Ah, ich hab hier auf jeden Fall einen goldenen Stein gefunden. Wie geht denn das? Ja, aus dem Rat eine auswählen. Der wechselt da nicht um. Weil den ich grad hab. Du wechselst immer ausgerechnet die, die ich grad hab. Ja! Das macht mich wahnsinnig, das soll ich jetzt durchstreichen, dass es grad nicht geht. Ich denk immer, das Ding ist gepellt. Boah, jetzt könnte ich mich aber aufreden. Tu ich aber nicht. Wie soll man das denn? Ah, tut mir geht das doch. Die Daptoren haben gelernt, mit Brechstangen umzugehen. Die Daptoren hätten gelernt, mit Werkzeugen umzugehen. Nein. Würde die noch nie machen. Das ist auch so irritierend. Das solltet ihr es doch so lassen. Als kein Meckern, das ist irritierend. Jetzt sind sie halt immer noch kurz davor, die perfekten Spiele rauszubringen. Es sind immer noch so kleine Tweaks, die benötigt werden. Das irritiert halt, wenn du mitten im Suchen bist und dann auf einmal das Bild sich verändert. Alter! Achso! Oh! Ich muss die Fotoorte auch erst aufbauen! Oh! Mach mich halt schwach! Und dann? Yay! Aha! Besucherzentrum! Ähm! Ah! Mohammed! Sok 엉! Und dann? Jetzt schwachst du doch, wo ich das hinzukriegen ohne dass der Zwischen geladen werden muss! Hahaha Menschhaft Ah genau, hier ist immer ein DNS-Raum Ach, die roten Detektor Minikids, Detektor rote Steine Detektor Goldene Steine, Detektor Bernstein Compi-Modus 8-Bit Musik, oh geil Niedrigverkleidung, Hybridverkleidung, Elim-Stimmen Ey Schaub, wie komme ich da ran? Ah Ernsthaft, wie komme ich hier wieder raus? Wende kommen immer näher Ist ja schon wieder soweit, ja Jaja So, ich habe jetzt noch keinen großen Dino-Dings gefunden, aber dafür 2 goldene Steine And something And something, aber ich will hier raus Ich wollte ja gerade sagen wechseln den Ciao, aber das hilft ja auch nicht Hilfe Nimm die Tür Ich versuch's ja Nimm die andere Tür Ja Habe ich auch schon probiert, ach so Es ist immer eine andere Tür Was will er? Donald Gennaro? Nein 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 Ja für die Vollständigkeit halbe irgendwann schon, aber Ja, aber nein Oho Ohá 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 Oha Oh, da brauchen wir auch einen Raptor Ein Raptor Hier Pei spiel mal raptoren frei hallo nie n n das war mal ernst warum wir immer das sag ich seit ich hier eingezogen bin hier wenn du schon am rumballern bist dann baller hier mal das Ding auf fang halt dich auf du hast es geschafft tatsächlich aber sie traut sich nicht rein weil es dunkel ist ein roter Stein und ein Jamalappen der mit dem roten Helm der lecker geschult hat wofür dich die roten Stats hin? oder hast du irgendwas ausgewählt als Ziel? ja ah äh der goldene Stein wo ich immer noch den großen Dino-Ding suche achso hör das jetzt noch nicht an äh unausgewählt ich bin immer eben AFK hier AF Controller AF Cola AF Cola ja gerade in dem Moment wo ich jemanden brauche Moment dann machen wir das doch ganz einfach so und ich greife hinüber ne da ne dann mach ich das anders geh hier weg so und ich geh hoch äh Grant kann Dino-Knochen bauen sehr schön ob wir jetzt überhaupt Dino-Knochen waren jetzt hat er den Rucksack aus dem dritten Teil an ok boing boing ist hier re wichtiger aus r a Sie kann höher hüpfen, kommt aber doch nicht hinauf. Wo war denn jetzt eigentlich ja auch die nächste Story? Oh? Achso, da war Pai gerade? Bonuslevel, Strom wieder anschalten, kranker Dino, Kontrollpunktrennen. Willkommen im Jurassic Park. Ah, das wäre das nächste Level. Mach ich mich mal auf dem Weg dahin. Als Dino mal ein bisschen schneller. Ja. Ach, kann ich das jetzt nicht mit Wegpunkt markieren oder was? Dann markiere ich den als Wegpunkt und lauf so hin. Rennen, ein Dino rennen? Ja. 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 Das war ein bisschen eis knapp. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Sauber. Ja. 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 Ja.